das hat das geld ich bin krass mit dabei ist schon mal 3 2 1 ich bin ja und mit erweist der liebe schumbo die kinder und ich bin drinnen den ich zusammen da kannst du halt so ein kit auswählen nicht in der gleiche ist aber auch egal probierst du kannst du da sachen aussuchen die du zaubern kannst ich mir meistens ich nehme wieder ich nehme auch über über das am coolsten über das am coolsten lassen wir warten auf die leute weil du bist der einzige lobby ich weiß aber bei dieser lobby gibt es nicht bei mir bei meiner gibt es nicht bei meiner gibt es aber sie auch so wie ein zauberer aus hatte mein mann kopf ist aber kreis stein punkt place doch so mc punkte nein habe ich nicht wenn ich kenne guckt auf gern mal vorbei da könnt ihr achterbahn fahren und auf dem discord selber auch wir machen wir auch öfters live streams ja das kommt auf unserem disco zu war ja und wir sagen euch dann eine woche vorher bescheuert ich gehe mal 6 5 4 3 bei mir geht es gleich los und ich bin ich schon da mal rechtsklick du kannst explodieren sachen aber weißt du guck mal mit diesem stab wenn du den hast du kommst du so kreise erobern verstehst du so eine kreise erobern musst du mit dem stadt immer nein nicht hier du musst da runter springen einfach runter guck du kriegst du kannst ja hoch springen ich nehme wasser hier war dieses wasser das am coolsten dieses hydro hier hydro sind diese punkte da da ist ein punkt und den hast du schon eingenommen weil du bist team blau ich bin nicht team blau oder team rot bist du ja dann musst du da rein bist du team rot ich weiß guck mal e du bist team rot dann musst du das blaue da einnehmen wie mit dem stadt nein ich bin gleich da ja das tut team blau hat den punkt beta erobert und alpha wurde gerade erobert team also alpha wurde der punkt eifer wurde gerade erobert und wasser ist am coolsten finde ich weißt wieso wasser finde ich am coolsten wenn du kannst dich damit ganz doll hoch boosten und du hast noch mehr von noch eine funktion damit kannst du halt eine explosion machen krass nicht da kriegst kein feilschein in diesem spiel damit musst du den kreis einnehmen wenn du das hast habe ich es getötet getötet oder oder hast du es erobert ne du wurdest getötet guck du wurdest vom trailer herr ist runter gefallen bei mir geht es in 30 sekunden los team rot hat den punkt beta wieder erobert und dann steht da team blau gewinnt in drei minuten und wenn diese zeit abgelaufen ist wer die meisten punkte hat und dann muss er die punkte einnehmen und ein team liegt zurück dann ist der punkte zehn sekunden geht es bei mir los nice für die geht es in zehn sekunden los 5 4 3 2 1 guck mal so ich muss ja wie cool wasser ist guck mal ja ich was ich damit wusste ich bin gut in dem spiel ja ich bin da nein wir müssen ich musste sofort hin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin team blau übrigens aha damit kann man sich nein wir haben ihn wieder eingebaut angenommen in punkt so zu welchem punkt zu dem da hinten das haben wir schon welcher punkt ist noch nicht eingenommen wir haben wieder ein punkt erobert wir fühlen ich muss nur äh ich back rum rot wir fühlen auch mein team führt auch klar wo ist ähm da oben ist das eine noch mehr die blau okay gut wir fühlen gerade so nein jetzt führt blau wieder okay jetzt gerade hat man noch es hätte noch eine minute gedauert die roten haben gar keinen punkt und du kannst noch mal auswählen wenn du tot bist also kannst jetzt zum beispiel auswählen dass wenn du tot bist ich habe so einen doofen effekt wieder gekriegt ja rot gewinnt in drei minuten jetzt gewinnt wieder blau wasser hast du genommen ja wasser ist das beste aber eis ist auch krass aber ich habe dass du gerade ausgewählt ja du kriegst es nicht sofort nur wenn du stirbst so jetzt nicht sofort nur wenn du stirbst nein schon wieder ich bin jetzt doch nicht was kann ich jetzt machen ja ganz toll kann ich mich wussten was die damit kannst du wasser was ist man damit kannst du wasser abschließen was du jetzt hast und das explodiert dann mit dem rechten stadt kannst du dich boosten dass du nach oben fliegst und so mal stehen die blau okay weißt du die roten haben 60 punkte krass nein die sind halt gut mein team ist wirklich gut und jetzt von oben und zack alle weg ist auch gut aber es geht die ganze zeit um diesen einen doofen punkt bei uns geht es auch um einen punkt die ganze zeit nein ich muss in 56 54 nein wir gewinnen in einer minute also ist jetzt musste ich mich wieder zurück zack wurde weg gehauen und jetzt auf dem boden zahlen ein blau ist kurz vor dem sieg ich weiß wir brauchen noch 50 sekunden ja wir haben gleich gewonnen ja nein es fehlt noch ein punkt ein punkt fehlt schwierig wir sind gerade so zehn leute weißt du die roten sind zu dumm unsere anderen punkte zu erobern das ist voll dumm von denen die können einfach unsere anderen punkte erobern aber stattdessen nein nein das bleibt da lassen aber dann will ich sagen tschüss